ich melde mich erst wieder wenn die erste beta von ios 13 draußen ist bla 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 das alles habe ich ja gestern erzählt als ich von ios 12.3 beta 5 das video gemacht habe freunde ja was soll ich sagen da bin ich wieder denn apple hat ja von ios 12.3 die beta 6 heute rausgebracht in der gleichen woche wie die beta 5 und es gibt durchaus etwas interessantes zu sagen deswegen ich fasse mich kurz ihr seht hier auf dem iphone 6 läuft gerade noch der geekbench durch lassen wir den einfach mal im hintergrund durchlaufen ich habe das update jetzt gemacht auf dem iphone 6 da hinten und hier auf dem iphone 5s und da haben wir was richtig interessantes das hier war das update auf dem iphone 6 mit einer mini mini größe von 48,3 megabyte groß das ist ja gar nichts aber interessanterweise hier hinten der geekbench ist durch interessanterweise haben wir hier auf dem iphone 5s eine update größe von 2,3 1 gigabyte also einmal 48 und einmal 2,3 das ist ein mega unterschied bedeutet im endeffekt hier auf dem iphone 5s wird das komplette betriebssystem einmal überschrieben mit diesem update aber hier beim iphone 6 ist das nicht der fall ich zeige es euch nochmal ich habe hier das den screenshot drauf wo ist er denn da ist er also einmal 48,3 einmal 2,3 gigabyte das ist schon ziemlich ungewöhnlich zum einen haben wir bei den hier auf dem iphone immer noch die applikation hier für das feedback das heißt es ist immer noch offiziell eine beta andererseits heißt das auch wenn normalerweise das komplette betriebssystem überschrieben wird dass es sich hierbei um die gold master also um die version handelt die im endeffekt dann später an alle ausgerollt wird also ungewöhnlich durchaus verwirrend was hier apple gerade ab liefert aber wie ich im früheren video gesagt habe gehe ich davon aus dass hier war jetzt endgültig das letzte update und ja da kommt jetzt nur noch das offizielle release und dann wäre es das gewesen mit ios 12 was die updates an betrifft schauen wir noch kurz hier auf den geekbench das sind die aktuellen werte der beta 6 und hoppla jetzt ist mein apfel hinten angegangen also die aktuellen werte der beta 6 1579 im single core und 2733 und wir vergleichen mal schnell hier in der history und sehen ja da sind die werte tatsächlich noch mal etwas runtergegangen ich fasse es ja nicht also die beta 5 hatte ja schon etwas niedrigere werte oder teilweise im single core mit 15 97 und da haben jetzt 15 79 und im multi haben jetzt die 27 33 und vorher hatten wir die 53 also keine ahnung so performance mäßig klar das sind nur minimale unterschiede aber da geht es durchaus ein kleines bisschen runter so leute das wollte ich euch noch mal kurz sagen also hier geht es schlag auf schlag immer verwirrender einmal hier komplett überschrieben einmal ein kleines update ja keine ahnung ich gehe davon aus da kommt nichts mehr außer der offiziellen wenn doch ja es ist ja immer was zu reden ja ich sage euch bescheid kein problem also das war's ja die neuesten news zu ios 12.3 und den ganzen beta geschichten macht's gut freunde bis zum nächsten mal euer merkelkett